Was sind Daten in die USA nach dem Safe-Harbor-System? Ursprünglich sind Daten relativ einfach in die USA nach diesem Safe-Harbor-System gegangen. Das haben wir eben beim EuGH gekillt. Das eine ist, dass der Datenschutz der Sache nach gleich sein muss. Das heißt, was auch immer dieses System in den USA ist, muss mehr oder weniger das gleiche Datenschutzniveau sein, als was wir haben. Der Sache nach gleich heißt natürlich, nicht in jedem I-Tüpfchen muss es gleich sein, aber in der Substanz. Erstens, man definiert einen unglaublich breiten Zweck, weil der Zweck muss nach Privacy Shield nicht spezifisch sein, sondern kann ganz breit sein. Also bei Facebook ist der Zweck zum Beispiel alles, was das Unternehmen mit diesen Daten tun will. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der endlich Privatheit wieder ein verteidigungswürdiges Gut wird. Wir können mit unserem Datenschutz und mit unserer Information Security, Informationssicherheit wieder zum Vorzeigemodell für die Welt werden. Heutzutage bezahlt man mit den Daten, aber man spürt es ja nicht, oder? Man glaubt es nicht zu spüren. Was ich mit meinem Auto mache, was ich mit meinem Mobiltelefon mache, geht einfach keinem was an. Ich habe zwar nichts zu verbergen im Sinne von, ich bin kein Straftäter klarerweise, aber es gibt trotzdem eine Privatsphäre. Und diese Privatsphäre will ich geschützt haben. Ich sehe in der Beratung, dass wirklich der größte Effekt einfach diese Strafen sind. Wir haben eine 800-Fachung der Strafen, eben von 25.000 Euro auf 20 Millionen. Bisher muss man sagen, hat man in Österreich oft aufgrund des Strafrahmens gesagt, ist nett, aber da kostet Beratung dann vielleicht mehr, wenn wir da jetzt wirklich gescheit was machen. Jetzt kommen die österreichischen Unternehmen wirklich und sagen, um Gottes Willen, wir haben so lange nichts getan, wir wissen es eh, wir haben einfach immer weggeschaut, jetzt müssen wir uns ähnlich damit beschäftigen. Im Business-to-Business-Bereich gibt es mittlerweile amerikanische Unternehmen, die bemüht sind, sich vorbildlich zu verhalten. Es ist klargestellt, die Daten gehören den Kunden und man wird sich auch dem Code of Conduct unterwerfen, man unterwirft sich selbstverständlich europäischem Recht, der europäischen Datenschutzgrundverordnung etc. Facebook rechne ich zu den Bösen. Ja, ganz, ganz simpel und einfach und verstehe nicht, warum es Europa bisher nicht gelungen ist, die Jugend vor diesem Datenklau, wie ich ihn nenne, zu schützen. Ein amerikanisches Auto, das hier zugelassen wird, muss europäischen Regeln genügen und Facebook muss in Europa bislang nicht europäischen Regeln genügen. Das geht so ganz und gar nicht. Das darf man nicht unbedingt den Amerikanern in die Schuhe schieben. Das Problem ist, dass wir es in Europa einfach nicht durchsetzen. Und das ist eine Frage von unseren Datenschutzbehörden, dass die ausgestattet sind, dass die ihren Job machen, dass die vor allem in den Ländern, wo die alle sitzen, also da kommen dann einfach nach Luxemburg und nach Irland am Ende, dass die dort ordentlich das durchsetzen und es nicht als Wettbewerbsvorteil sehen kann, Datenschutz zu haben, so wie es halt als Wettbewerbsvorteil keine Steuern haben. Der einzige Konsumentenschützer, der sich um online kümmert, besitzt hier Max Schrems, der keine Organisation hat. Das ist irgendwie absurd. Die anderen sind im 20. Jahrhundert leider stecken geblieben. In Deutschland ist es anders. Und in Deutschland gehen die Konsumentenschutzverbände schon länger vor. Und es gibt, glaube ich, bei Google und auch bei Facebook eigene deutsche Geschäftsbedingungen. Da wird halt irgendwas dann aufgehoben, rausgeschossen von einem Gericht und dann gibt es halt dann für Deutschland eine eigene Regelung, die halt dann transparenter ist. Also es geht ja, man muss es halt nur tun. Aber in Österreich, ich weiß nicht warum, schaut man dem paralysiert zu? Die Wertschöpfung in den Unternehmen liegt in Zukunft in der IKT. Die Wertschöpfung beim Auto ist nicht der Dieselmotor. Der bringt 20 Milliarden Verlust, wenn man schummelt. Sondern die Wertschöpfung im Auto ist in Zukunft IT. Und man geht daher davon aus, dass ein europäisches Holsterisches Unternehmen vor allem sich eher an die Gesetze hält und die Amerikaner sagen, wir tun einmal. Und solange keiner sagt, das ist nicht okay, tun wir weiter. Natürlich haben wir genau die gleichen Probleme, weil wir nicht wissen, was in Russland und in China für Gesetze gibt, slash faktisches Abgreifen von Daten, wahrscheinlich außerhalb irgendwelchen Gesetzen. Das Ding ist aber, dass im europäischen Markt unsere Cloud-Anbieter sind nicht russisch und chinesisch. Unsere Cloud-Anbieter sind amerikanisch. Das heißt, rein wirtschaftlich ist es für uns viel relevanter, was dort passiert, als wie jetzt was in Russland passiert kommt. Damit stellt sich die Frage, im wirtschaftlichen Bereich ist überhaupt irgendein fairer Wettbewerb. Also es gibt gerade die US- und europäischen Unternehmen, die sagen, wir müssen dann am europäischen Markt mit dem konkurrieren. Wir müssen uns an den ganzen Blödsinn halten, die nicht. Das kann es wohl nicht ganz sein. Und da ist auch die Frage, ob man da ein Interesse hat von der Wirtschaft. Und daher, glaube ich, haben wir auch ein Problem der Chancen- und Waffengleichheit zwischen europäischen Unternehmen und amerikanischen. Europäische Unternehmen sind eher vorsichtig, und die Amerikaner tun halt mal, bis sie angefahren werden. Und es kann eben nicht sein, dass ich meine App installiere, die eine Taschenlampe ist am Handy und die ständig meinen Standort verwendet und mein ganzes Kontaktverzeichnis als Dankeschön für die Gratis-App ausliest. Aber das heißt, dass es doch im Wesentlichen auch eine ordentlich aufgestellte europäische IT-Industrie geben muss. Und ich denke, dass wir in Europa auf einem guten Weg sind. Wir haben es verstanden. Wir setzen Initiativen. Wir müssen europäisch denken. Wir müssen uns am digitalen Binnenmarkt ausrichten und schauen, dass wir in Europa Digitalregionen aufbauen, die zueinander komplementär sind. Und dass wir uns als ein homogenes, gemeinschaftliches, digitales Europa verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.